bist du schon drüben oder was ja ich stehe schon drüben ehrlich hatte schon vorgearbeitet ja ich wusste nicht wie weit du bist ich habe die nur hier hingestellt ich glaube ich muss auch erstmal talente wählen jetzt brauche ich glaube ich gar nicht loslaufen und ich muss vorher auf eule gehen oder gehe ich auf tank kannst du auch heiler machen hallo juna ich will ja nicht heilen warum soll ich heilen mache ich doch kein schaden ach so du willst schaden machen ja zum level ich level nicht als heiler ich level entweder als tank oder als eule meistens eher als tank bist du denn das wahnsinns kommen wir gehen mal auf tank ich habe auch eine waffe in der tasche ich bin des wahnsinns weil ich werde als heiler leveln mag ja also später wenn dragonflight rauskommt werde ich mit meinem druiden heiler leveln du kannst es dir ja so basteln oder ja ich guck mal was sich da machen lässt jetzt muss ich die komplette warte mal ist die bei eule auch so komisch meine ganzen fähigkeiten sind weg beim tank ja alles leer ja das sind jetzt alles talente ja okay es kann jetzt moment dauern fähig ja macht nix so oh mein gott so droiden rasende regeneration haben wir hauen haben wir baumränder ja das nehmen wir auch franken eisenfell da müssen wir drei rein machen nämlich die verjüngung mit ich weiß nicht da ist unterbrechen ja ich muss hier oben noch ein punkt reinsetzen schädelstoß unterbrechen wäre schon nicht schlecht ne dickes fell was haben wir hier oh ja das klingt gut was haben wir hier wilde attacke oder oder ja tiger spurt ich weiß nicht es würde ich tiger spur besänftigen anstachendes gebrüll wundert ich muss hier oben was wählen ernsthaft und ja ich habe mir den skill baum nicht angesehen ich skill nach gefühl das wäre ich auch bis killen nach gefühl ja fliegt ach guck mal nimm mal die spurt es reicht immer noch nicht ich muss immer noch was da oben skillen ganz glücker rasche heilung und verderbnis ich möchte gar nicht hier weiter runter ach so dann muss ich noch drei punkte oben rein machen ja nehmen wir das passiv es reicht immer noch nicht ernsthaft erhöht zauber schaden und heilung um zwei was soll ich denn als das katze das ist auch katze so beschützer ins ding das klingt gut lucaras leeren zwei prozent eines wehens da bin ich da bin ich ich sehe dich gerade nicht stehe vor dir okay ich muss mal ganz kurz erschütterndes gebrüll oder mächtiger heep schwierige frage man könnte eigentlich beides brauchen ja das eine stammt einen und das andere nimmt alle raus ne ja ich nehme mal das andere das mit allen geschärfte instinkte wenn du unter 40 prozent fällst setzt automatisch rasende regeneration ein das klingt doch gut für den tank und jetzt habe ich nur einen punkt für furor wenn ihr eine gestalt annehmt die ihr kostenfähigkeit hat kein mana und keine energie ach schön das heißt solange ich nicht tanken muss laufe ich immer in normaler gestalt rum das hat was wie früher mit dem feenfeuer juna wie geht's dir ich nehme mal das so und jetzt wächter punkte ach gottes willen so erstmal zermalmen überlebensinstinkte ganz wichtig hauen pranken was habe ich hier bärenadept ah das ist super kannst du alles in bärengestalt ich kann entfluchen wiedergeburt mondfeuer und besänftigen in bärengestalt garsten das ist auch nicht schlecht das ist zwei aufladungen das was wäre denn hier drin das klingt auch nicht gesträubtes fell stellt für acht sekunden euer fell auf und erzeugt wut basierend auf dem erlittenen schaden ist auch nicht hier ah ja und hier sind die odorenranken natürlich drin mir geht's besser zwar noch nicht perfekt aber besser die grippe schleicht sich so langsam aus dem körper ich glaube ich nehme das gesträubte fell wutregeneration wutregeneration ja was haben wir hier oh ja der saka klingt auch nett erhöht die heilung von nachwachsenden um 20% oh ja hauen hat eine chance von 10% dass hauen erneut ausgelöst wird mit klauen und zehn also das sind schwierige fragen hier ist dein magier baum genauso ja ja boah ich bin mal eisenfern mit galaktischer wächter das hatte ich schon mal by the way galaktischer wächter ist keine gute idee wenn ihr alleine den rücken in drachenseele machen wollt weil du einfach random mondfeuer castest keine gute idee in diesem fall erzeugt euer nächster einsatz von mondfeuer 8 wut und verursacht 300 prozent mehr schade besser klingt doch gut und immer schön viel trinken ja ja jetzt habe ich gerade meinen kaffee aus ich habe hier schon eine neue flasche wasser und hier unten steht noch eine flasche limo ja du siehst gerade das ist der talent baum da raus weiß ja nicht ob du selber eine beta hast das klingt gut das klingt gut das klingt doch gut das klingt doch gut das klingt doch gut das klingt doch gar nicht gibt und Eisenfell um 50 reduziert ist. Das ist doch praktisch. Ich muss noch zwei Punkte verteilen, damit ich weiter nach unten komme. Ach, die Liga. Ich nehme mich die infizierten Wunden. Ah, ich brauche mal den. Was haben wir hier? Ja, das ist, glaube ich, eher der hier. Das war ein Schläfer. Da wollen wir hin. Wir hauen schon. Das ist passiv. Und was treibst du so? Juna, wie geht es euch? Was macht der so? Wird eine Explosion heiliger Energien freigesetzt, die Verbündete... Ah, er wird klar aus. Als könnte der Aussuch noch mit da oder da lang gehen. Ich würde fast das hier nehmen. Was haben wir hier? Ja, Zorn des Schläfers. So, jetzt habe ich noch einen Punkt. Ähm... Ich nehme den. So. Oh, schön. Das Spiel baut mir meine Leiste. So, wo ist denn jetzt meine Tankwaffe? Da. Ich muss noch mal eben mal zum Bocken. Das ist komisch aus. Die ist auch nicht verzaubert. Ist auch egal. So, ich muss mal eben meine Fähigkeiten soktieren. Sekunde. Oh, die Leisten sind fixiert. Was ist denn der... Ah! Ich gehe mal ganz kurz aus der Gruppe raus. Ja. Weil... Ach so, Portal. Haben sie dich schon dran gekriegt mit Portal, ja? Ja. Ah, guck mal. Hier kannst du das Ding bearbeiten. Nice. Das mache ich aber ein extra Video wahrscheinlich noch mal. Ähm... Wo ist jetzt... Ach, du liebes Lottchen. Der hat mir 5000 Gold angeboten für das Portal. Und das auch gekriegt? Ne, ich habe es abgelehnt. Ist ja Beta-Server, also was bringt mir da Gold? Kann man die Größe der Minimap... Wie meinst du das hier? Wenn ich Gold brauche, dann kopiere ich mir meine Charakter. Das ist klassisch. Muss aber gerade mal gucken, ob wir die... Die Größe meinst du? Ne, das ist ja fast der Abstand. Minikarte. Ne, ich glaube, die kannst du nicht kleiner machen. Du kannst halt die Überschrift da drunter setzen. Das geht wohl. Oh, ich habe Post. Das geht leider nicht. Also, du kannst die halt umändern, aber das geht, glaube ich, nicht. Wobei, wenn du die Raster kleiner machst, weil das ist ja jetzt Rastergröße, vielleicht dann. Warte mal, Raster? Nee. Hätte ich gesagt, dass man das an das Raster anpüssen kann, aber... Leider nicht. Leider nicht. Meine Fähigkeiten. Sekunde. Das haben wir alles drin. Druide. Was haben wir denn da? Ähm... Ist die Cursive aktiv? Nee. Aber das brauche ich, das brauche ich nicht. Das packen wir mal. Nee, wem da. Baumrinder. Ach mal, der Wildnis, ist das nicht süß. Können wir da buffen? Yay! Dann muss ich ja erstmal... Lass mal hier alles rausholen. Wasche Heilung haben wir ja auch. Naja, ich hab ja gesagt, das machen wir alles jetzt... Ähm... Äh... Äh... Passiv, passiv, passiv. So... Okay, genau, ich kann es nicht anfangen. Oh, ja. Dürfen wir mal. Überlebensinstekte nach hinten. Du raus. Du hast halt sehr viele Sachen im Passiven, ne? Ja. Das ist auch drin. Schädelstoß ist noch nicht drin. Rasende Regeneration ist nicht drin. Das haben wir. Baumrinde habe ich auch. Eisenfell ist noch nicht drin. Also du hast sehr, sehr viele Sachen. Hauen? Da oben ist noch nicht drin. Äh. Franken ist drin. Rasen habe ich gerade reingetan. Schädelstoß. Schleichen ist da oben. Schreddern ist Katze. Äh. Ist auch Katze. Die Seelengestalt? Welche Seelengestalt? Ich sehe nirgends wo meinen Vulpin. Hä? Was? Ich sehe nirgends. Das ist so. Dich ist doof. Hast du noch eine Seelengestalt? Ne, ne? Ich habe gar keine Pakte Vor allem jetzt stelle ich gerade die Leiste ein Und ich bin gar nicht auf Tank Wie bist du denn jetzt gebaut? Anstacheln muss gebrüllen Ich sträub das Fell aber zweimal drin Ich betrottel Eisenfell ist drin, habe ich gesehen Da hat er die Rasen Da ist so rum Die raus Jetzt habe ich es verkehrt rum rausgesetzt Ach Tana Kann sich nur umstunden Daniel Faye Kein Problem Kein Problem Habe ich jetzt alles drin Ich glaube schon Mondfeuer haben wir Aber Die hätte ich eigentlich lieber gerne da hinten und die da Das ist meine Leiste leer Da können wir ja so Standard Sachen machen Irgendwie Wobei die Heilung kann ja eigentlich auch nochmal drauf bleiben Ja das haben wir da oben auch Waffe ist an der Seite Hier könnte man nochmal sowas wie Mondfeuer, Heilung Das ist ein Dann das typische Angeln Ich habe Archäologie noch gar nicht ausgebundelt Ich habe Archäologie noch gar nicht ausgebundelt Ich bin nochmal zum Transmogger Ich möchte gerne dieses Kind von der Tankwaffe weg haben Willkommen Ich hätte hier ein Jack gehabt Achso du hättest ein Jack gehabt Was Ja eins mit Transmogger drauf Ja Ja ich bin dann jetzt hier hinten Nee die Waffe sieht scheiße aus Stäbe Ach komm Ach komm Nur mal Artefakt Geil ne Ich renne mit einer Mondwaffe rum Kann ich nicht Warte, 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 warte Nee das geht nicht Nee 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 das geht nicht Das geht nicht Wenn Dann müssen wir auch schon die richtigen Skin drauf machen oder wo bist du bist du doch gar nicht drin kann ich dich wieder einladen wo ist denn deine Markierung das muss ich unbedingt ändern das ist mein Name unten links du jetzt unten rechts und Lurandil ist oben links ich sehe eure leisten gar nicht also bei mir sieht es aus als wäre die Gruppe leer wow hier wenn ich schon auf Tank gehe muss ich auch Tankartefakt anziehen oder? ja so wir haben das muss ich jetzt erstmal die Questreihe machen die ihr schon gemacht habt wahrscheinlich oder? also ich schon Lurandil glaube ich nicht ich glaube er ist gerade dabei Sitz des Primus ist er jetzt ist die Frage gehen wir die 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 das Fakt das Fakt das das nicht Fakt das Fakt äh Dings weil ich hab zwar für die Seelengestalt diesen Port aber irgendwie hier natürlicher Schwung die Seelengestalt aber die müssen wir ja wahrscheinlich erstmal wiederholen oder? also auf meinem Druiden war die noch in meiner Leiste bei mir ist alles weg die ist auch aus meinem Buch weg das letzte hier rum das ist die Reisegestalt ah da fällt mir ein weil das irritiert mich gerade hart dass ich meine Kombo nicht mehr habe das ist nicht ein Talent? konnte ich nicht auswählen wait wo war der Friseur? wo war der Friseur? andere Seite oder? da in der kleinen Gasse neben der PvP Halle ja ich muss immer überlegen wo waren denn die Visionen? da kommst du ja auch an dem vorbei da ist er da ist er da ist er da sind wir auch schon auf dem Beta sind da müssen wir doch gleich mal gucken gibt es irgendwas Neues? ich glaube nicht ne lass ich meine Frisur aber meine Tankgestalt müssen wir ja noch anpassen ne was nehmen wir denn? nein 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 ach nee ich bleib bei dem Mietzikatze eigentlich fehlt hier noch die Feuerkatze da ich die Waffe auch hab hatte aber irgendwie ja die Glyphen hab ich nicht ne dass ich hier die anderen gestalten hab und jetzt Fluggestalt ne ach da man sieht ich hab die ganzen Kluven Dinger nicht aber die Reisegestalt durfte ich jetzt gar nicht ändern vielleicht weil du die Gepardenblüfe nicht hast? ich war vorher immer gepaart das war ja das ist ja das witzige ich bin eigentlich nie als Hirsch rumgelaufen ich bin erst hier mit dem geworden nachdem sie das eingeführt haben und ich hab mir die Glyphen nicht gekauft nein so Meister das haben wir uns ja schon mit ähm genau das wurde ja übersprungen das haben wir uns ja schon mit unserem Drachen angeguckt Drachen-Schuppen-Expedition ach Gott ja Drachenreiten in Progress das ist aber bei unseren Dings nicht aufgeploppt, oder? ach da hinter war der ne, der war da oben, ne? ja, der sitzt ganz da oben äh so einmal also das muss ich ändern das ist das dann da muss ich meine Gruppe irgendwo anders hin machen aber ich denke mal das mache ich dann nochmal als Video extra dass ich mir das in Ruhe angucke mein Interface komplett äh vielen lieben Dank Juna ich hab ja gesehen New World hat ja jetzt auch auch noch Erweiterung aber jetzt auf einmal ich muss ja dran denken mir das Set zu holen was es aktuell noch gibt so und wieder zurück oder? jetzt aufs Schiff grillen oh bei Juna wird gegrillt wollen wir auch was bestellen? ja da so ein paar Backkartoffeln und ach die Packfähigkeiten sind außerhalb von Shadowlands deaktiviert siehste oh nein, 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 nein ich hätte bald den Fade gemacht ich bin über die Mitte geflogen ja nun das hätte ja auch böse ins Auge gehen können das hätte jetzt auch böse ins Auge gehen können scheiße hey, Faye hat das vor mir gefunden, ja? und mit einem Drachen reingesegelt so ach, da kommen die gerade aus in Urgrimma auf jawohl aber vertont sind sie alle noch nicht, ne? ne, ich glaube nicht mit Absicht mit Absicht heute geht übrigens um 18 Uhr auch auf meinem YouTube-Kanal der das Startgebiet der Evoker online wo wir uns da durchgeprügelt haben und ich habe es gerade wieder geschafft im Loch zu landen hahaha das war dafür, dass du mich ausgelacht hast erzählt mir vom ursprung oh ja tolle video sequenz oder was sagt ihr ja definitiv ich richtig gut aber ich finde es gut wenn sie es alle wenn sie es überspringen und sehen wir nicht alles so na dann auf zum schief glaube ich na dann hey das sind kräuter na dann nein nicht über die mitte tana nein so jetzt aber lasst uns rüber warten wir aufs taxi ich bin gerade fast wieder als loch eingefallen dieses loch ist aber auch echt tricky ja 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 stell dir vor du bist ziemlich hoch fliegst einfach mal hier rüber ich glaube das wäre schlecht bist du noch bist du noch in der gruppe ne ja ja jetzt ich sehe aber nur lorandi hier oben ich sehe gar niemanden ich sehe gar niemanden ja 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 das ist alles noch oh die kamera ne optionen wo ist die kamera die kippt das muss ich ausmachen maus kamera kamera nicht anpassen bitte nicht ich mach das selber ja ja gott sei dank ja gott sei dank ich bin heute bei der deutschen post hier was ist los ne bei der deutschen bahn das ist auch nicht besser so auf jeden fall ist es leerer wie letztes mal definitiv ich bin ganz kurz was zu trinken holen mhm euren ruf bei dieser fraktion um eure rumstufe zu hören um belohnung freizuschalten nächste belohnung e-expedition späer pack pack das geht aha ja so wieder da bb danke tusca waldraken also vier fraktionen frakt ich hab heute wieder sprachfehler ne es gibt vier neue fraktionen ja zertauen waldraken tusca und die drachen drachen drei talente wurden noch nicht freigeschaltet ja ja erfolge ey ich hab hier weniger erfolge wie vorher was ist denn da hat soja nicht ich hab auch weniger roof und room sind jetzt zusammen was ich hab nur noch 21.000 andere würden jetzt sagen nur ich hab nur noch 12.000 für die dd d d d ja da stürzen sie ins meer wie war das mit den tieren die aussehen das hätten sich kreuz und quer geparkt gepaart er die allianz reist mit dem schiff an die geht über wasser war das hier oder andere seite ich glaube an du hast morgen ich habe gar kein reit hier rausgeholt nimmer random irgendwann wieder schon raus willkommen an der wilden küste was wahrscheinlich die ersten quest auch schon gemacht oder ich habe die nur abgegeben alles klar na wie geht es dir moin so ja noch kann ich nichts abgeben lorandien hat den zeppelin verpasst nein ich nehme die neuen an sollen wir warten ja wir können ja kurz warten ich denke es dauert vielleicht zwei drei minuten so hier kann ich reparieren schillerndes wasser das ist urflug drakonische fiole qualität ich nehme mal 19 gold wieso retten der rap meister jetzt weg was soll das denn hast du die quest abgegeben ich habe die nur angenommen jetzt gerade ach so ja die rennen dann zum nächsten punkt ach so okay was habe ich denn da bekommen mifa ich habe ein haustier bekommen ach so ich auch wie ja dann warten kurz gott wie viele rahmops gibt es denn hier machen wir die karte auf und wie viele flugpunkte gibt es denn bitte hier viele das dann schon okay das ist dezent nervig dass die karte grün ja ja ganz gut ein bisschen k.o. weil ich die ganze nacht w.o.w. gezockt habe aber ansonsten gut und dir ja mir geht's auch langsam besser besser hast du gelevelt oder was hast die ganze nacht getrieben ach du lieber gott hast du schon mal dein berufe buch aufgemacht ich habe mit dem keine berufe guck mal in den stream ich bin ja ganz schön anders aus ja da kann ich noch da bin ich aber das steht kummer hier steht sogar die skills dran das ist aber nur schatten laden was ich hier gerade sehen er hat es für drachen insel musst du wahrscheinlich noch lernen kannst du noch filter gehst also kann ich auch einstellen von 1 auf 9 30 allianz oder orde was ne frage aber ich find's gut dass beck norm und so alles dass man das alles nicht braucht weil das alles integriert ist weniger addons zum installieren du kannst auch alles einklappen fähigkeiten und die taschen kannst du einklappen ich habe ich habe noch ein taschen slot frei es gibt neun ja das habe ich auch gerade gesehen es gibt jetzt fünf taschen und es gibt ja auch noch mal größere taschen im nächsten addon ich lerne mal kurz ich habe mal kurz angeln gelernt tana und angeln ja a never ending love story ja ich halte gerade mal die angel rein so lang und was habe ich gehandelt einen schuppenbauch makrele benutzen wirft den fisch zurück ins wasser um eure angelfertigkeit 30 sekunden lang um 5 zu erhöhen durch das zurückwerfen mehrerer fische kann diese stärkung auf bis zu 5 minuten verlängert werden finde ich schwachsinn 5 taschenslots 32 plus taschen das ist viel zu viel viel reich aber ich schaffe auch die 5 voll zu kriegen so ist nicht so ist nicht und du angelst halt auch grauen müll ne würde gibt aber auch gold was ist das querflossenflügelroß fisch sagt das dreimal schnell miteinander querflossenflügelroß fisch alter oh die axt 8 gold 59 die graue die ich gerade rausgezogen habe jetzt ich nehme noch einen fisch und dann können wir los mit der quest ok ja so guten tag hast du schon wieder ein krötchen gekriegt ja das macht er immer darum ist direkt ein drache den wir auf die nase hauen können ich kann ihn nicht anvisieren warum nicht wir müssen wahrscheinlich da hoch wollen wir ich ja dann was brauchen wir denn jetzt alles tot das was tot ist müssen wir auch hauen ich sehe kaum was das ist viel zu gut geworden ja ich sich dran bilden hat er die alle weg gehauen mit seinem dk wo seid ihr denn da jetzt kriegen wir ja alle markierungen ja genau der andere hängt da hinten irgendwo in der luft hier rechts habe ich schon von weiten gesehen es hängt ein bisschen bei mir bisschen nah und ich hier so fleisch da drüben ist dran dran ja ich brülle körperin und bonus ziel ja hallo ich übersehe immer den lebensbalken bei der was hat denn das gegeben vorräte der drachen insel was brauchen wir denn noch ach wir brauchen noch ein paar drachen also ich bin es sehr ungewohnt ich habe sehr wenig fähigkeiten in meiner last laste in meiner leiste hinten sind so noch drachen ich denke mal ich habe die nicht im target das ist genau so geil wie fischflossen flipflops sagt das dreimal schnell ja ist genau so schön vier stück sind noch hier sind noch ein paar kleine wundere mich grad warum er nicht automatisch plündert aber ich habe es halt nicht eingestellt was fehlt noch einer ne da ist es da kommt zum also hier ist dann schon mal wieder ich bin beim highlight ich bin beim highlight einer noch ja kann nicht schaden alles ip denkt mal wir müssen leveln so wo müssen wir denn hin kommen wir dahin hast du das schon ich brauche noch von diesen welpen die schuppen die großen haben auch welche hast du automatisch ja jetzt schon so müssen noch für den forscher der ist da hinten irgendwo hier kommt noch mehr von dem kleinen schwarzer hier kommen wir zu seinem spot hier rum ich glaube Ah, hier. Ey, das ist eine Schnecke! Faye, guck dir die Schnecke an! Eine Lavaschnecke! Oh, wie cool! Guck dir dieses geile Ding an! Direkt den Jäger auspacken. Oh! Ist die geil! Oh, ich seh meinen Jäger schon damit rumtouren. Wo ist er? Bin ich blind? Was? Wo ist der Typ? Ach, da unten! Oh, aua! Die sich in solche Situationen bringen, ne? So, müssen wir jetzt da langen. So geile Viecher, ey! Uh, was bist du für einer? Oh, der hat einen Totenkopf! Ich glaub, das lassen wir mal. Ja, ich glaub auch. Außer die sagen uns, wir sollen die töten. Jetzt erst mal das Lager erkunden. Fragt, warum die Drachen noch nicht da sind. Warum sind die Drachen noch nicht da? Ja, ich will mir die Texte hier eigentlich nicht durchlesen. Das machen wir, wenn wir das LP damit gestalten. Ne? Ja. Dunkelkrallen... Ich guck nur, ob hier irgendwie... ...Alchemist oder so, weil das würde mich schon interessieren. Beruf. Du willst meine Schuppen? Hier. Handwerksgilde... Handwerksgilde... Genau, der hat ja diese Fiolen, ne? Ach, die sind teuer, 19? Ich hab mir mal ein paar eingesteckt. Verzauberkunst, Handwerk... Also hier ist In-Schriften und VZ-Lehrer. Schein ist Gold. Wer überleben will, muss ein... VZ gibt's noch gar nicht. Okay. Aber In-Schriften kann man sich angucken. Lass mich doch mal angucken. Schicks... Oh, es gibt wieder diese Glückskarten. Oh. Dreht eine Karte um, um die Zukunft zu sehen. Aha. Liebes... Was? Illusionspergament? Liebeszauber? Setzt die Illusion eines Liebeszaubers gegen einen anderen Spielcharakter in eurer Gruppe ein. Kann nicht in Arenen und auf Schlachtfeldern oder im Kampf verwendet werden. Frostiger Wind, Schattenkugel, Zauberschild, runenverzierte Krummrinde. Ja, gut. Glattes Nudelholz des Kochs. Ah, Küchenutensilien. Federkiel? Heul-Rune. Summon-Switcher-Rune? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Oh, es gibt Perks für 15%, dass du bessere Sachen herstellst. Kosmische Tinte? Stäbe machen die. Für Level 70 in Episch. Auf Gegenhände. Joel Aran. Kannst du dir auch gut eine goldene Nase mitverdienen. Das ist ja die Scheibe des... Ach nee, da will ich noch nicht drauf. Oder bist du schon draufgesprungen? Auf die Scheibe des Messers. Nee, ne? Ja, ich bin ja auch noch hier am durchgucken. Machen wir alle Quests oder nur die Hauptquests? Also ich hatte mir jetzt die Nebenquests angenommen. Aber ob wir die alle machen... Weil die Nebenquests sind ja meistens eh in den Hauptquests mit drin. Aber ich lese sie mir halt nicht durch. Lederkirschner. Hast du irgendwo Alchemie gesehen? Nee. Noch nicht. Ist Alchemie eigentlich schon da in der Beta? Hallo Fabi. Weißt du, ob Alchemie schon da ist? Kirschner. Leder. Euch erwartet eine Leckerei. Lebt wohl. Hier ist Kräuterkülle. Zack, die Frage. Hoch in Blume. Ich hoffe, euch bald wieder zu sehen. Also ich... Hier vorne, der Pandaren... Die ist Kräuterkülle. Ich habe ihn. Aber... Ich habe ihn.